Mary, das wird ein fantastischer Tag! Oh! Claire, das passiert jedes Mal! Wow! Oh, er hat mich angesehen! Hier sind Blumen für das hübscheste Mädchen der Schule! Danke! Hey, was ist mit mir? Lass uns eine Party schmeißen! Bist du sicher? Wir werden unsere ganzen Freunde einladen! Wer bist du? Pause! Euer Schutzengel wird euch helfen! Gehirn! Eine Prise für beide! Schönheit! Für dich und dich! Und etwas für mich! Glück! Ups! Oh Mann! Es ist noch ein bisschen übrig! Hey! Was war das? Was? Glücklich? Und unglücklich? Ich könnte noch etwas Make-up vertragen! Sehr gut! Wie hat sie das gemacht? Ich werde es auch versuchen! Nee! Wo ist mein Lippenstift? Oh Mann! Er ist kaputt! Zeit für meine Haare! Ich bin startklar! Lea! Deine Haare! Warum? Ist das Claire? Ich glaube nicht! Colin, du bist so cool! Blöde Erkältung! Colin, ich vermisse dich! Ich hoffe, meine Nachricht erreicht dich! Wow! Ein Liebesbrief! Von Mary! Sie hat schon wieder Glück gehabt! Gut! Flieg! Ups! Ist das für mich? Auf keinen Fall! Oh Claire! Ich liebe dich auch! Hm? Leute! Lasst mich ein Foto von euch machen! Seid ihr bereit? Lächeln! Claire sieht nicht gut aus! Ich versuch's nochmal! Na schön! So müsste es klappen! Und? Du kannst es behalten! Jetzt hab ich ein Bild mit Colin! Mary! Wir schreiben morgen einen Test! Bist du vorbereitet? Ich hab noch Zeit! Klar! Du hast ja Glück wie immer! Ich werd auch eine gute Note bekommen! Ich muss nur noch lernen! Claire hat die ganze Nacht durchgemacht, um sich vorzubereiten! A B A Ich bin fertig! Ja! Ich bin die Erste! Oh nein! Das Papier klebt am Schreibtisch! Claire! Ich bin fertig! Nein, nein! Ich war zuerst fertig! Schauen Sie sich mein Test an! Was? Okay! Gratuliere! Du kriegst eine Eins! Ja! Mein Fuß! Raus hier! Tut mir so leid! Ich hoffe, ich träume von meinem Schwarm! Glaubt sie, dass sie Colin in ihrem Traum sehen wird? Ich hab ne bessere Idee! Colin! Du bist es! Das ist so schön! Was? Warum lächelt sie? Ich werd das Bild behalten! Ich hoffe, ich träume von Colin! Nimm deine Maske ab! Ah! Nein! Was für ein Albtraum! Zu welchem Zahnarzt soll ich gehen? Zu diesem? Oder diesen? Ich geh zu diesem! Okay! Okay! Lass uns warten! Hi! Willkommen! Die Ärzte sind nett! Oh! Ein neuer Patient! Komm rein! Worauf wartest du? Hab keine Angst! Oh nein! Sis! Wie geht's dir? Er hat einen Zahn gezogen! Ich hab eine Zahnspange bekommen! Und Schokolade! Colin ist ein sehr beliebter TikToker! Ich werd auch ein TikTok-Video machen! Und er wird mich bestimmt bemerken! Ich kann das gar nicht mit ansehen! Die Kamera ist an! Let's go! Ich werd etwas essen! Mh! Wie lecker! TikTok ist ziemlich kompliziert! Ich könnte den ganzen Tag lang essen! Das war's! Ich kann nicht mehr! Mal sehen! Was? Ich wurde gesperrt? Warum? Mary! Das ist unglaublich! Du solltest mehr TikTok-Videos machen! Das ist so ungerecht! Colin kann erstmal hierbleiben! Was hast du vor? Pass auf! Nachladen und... Feuer! Was? Wow! Sieh dir das an! Ein Herz? Wie hast du das gemacht? Das krieg ich ja auch hin! Ziehen und... Feuer! Ups! Claire! Warum machst du das? Peinlich! Ich brauch ein Lehrbuch! Das brauch ich nicht! Das auch nicht! Wo ist es? Ich werd es schon finden! Wow! Also hier komm ich nicht durch! Ich weiß! Hey Colin! Mary! Was gibt's? Oh! Colin! Da ist es! Ich hab's gefunden! Colin! Kannst du mir das Buch da oben geben? Dieses hier? Hier bitte! Danke! Oh! Das lass ich nicht zu! Colin! Kannst du mir auch ein Buch geben? Hm! Welches? Das im obersten Regal! Ich werd's versuchen! Es ist zu hoch! Oh! Ich brauchte nur ein Buch! Tut mir leid! Blöde Bücher! Autsch! Ich brauch ich! Nee! Nee! Oh! Hi Colin! Hi! Hi! Oh Colin! Hi! Ups! Nein! Hilfe! Mir ist so langweilig! So hat Alexander der große Griechenland erobert! Das war's für heute! Das war so interessant! Colin ist weg! Ich werd ihm einen Liebesbrief hinterlassen! Vergiss es! Ich werd diejenige sein, die eine Nachricht für ihn hinterlässt! Ein Herz? Wow! Es ist von mir! Danke! Das ist echt süß von dir! Ein Herz? Wie süß! Er hat es gemalt! Das ist von Claire! Oh! Verstehe! Wenigstens kann ich das abwischen! Colin! Mädels! Bewegt euch! Was? Warum? Es gibt eine neue Schülerin! Ich zeig dir die Schule! Das ist unser Klassenzimmer! Es wird dir hier gefallen! Oh! Du willst es ja nicht anders! Die Tür klemmt! Ich glaub, wir sind hier drin gefangen! Gib mir fünf! Stopp! Sehr gut, Mädels! Ihr habt eure Lektion gelernt! Ich bin stolz auf euch! Ich befreie euch von dem Zauber! Jetzt ist wieder alles wie vorher! Ich war nie hier! Was ist gerade passiert? Keine Ahnung!